Yo meine Freunde und herzlich willkommen bei einer Aufnahme, ups, äh, Surviving Games und ich wollte mal erklären, dass ich, oh, gar nix, so, ähm, ich wollte mal erklären, wieso ich so inaktiv auf YouTube bin, weil ich, oh Gott, ich bin zu dumm umzulaufen, ähm, weil ich einfach keine Motivation hatte dafür und dann, da oben ist einer sogar, scheiße, schiss, also, oh Gott, ich hab ja kein, ich hab Optifine, aber Natürlich geht's nicht, ähm, ja, und dann hatte ich, also ich hatte keine Motivation erstmal und dann, äh, konnte ich, und in der Aufnahme hat's immer so hart gelaggt, ich weiß nicht, irgendwo war da eine Kiste, das weiß ich noch Irgendwo war da eine Kiste War da eine Kiste, der meistens sogar mein Leben rettet Ähm, ist wohl nicht da Irgendwie Dann gehen wir direkt zum Start und Oh Gott, nein, 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 da hat einer ein Schwert Verfolgt er mich, verfolgt er mich Entschuldigung Ich hoffe, dass er die Kiste nicht gelootet hat Weil da einer Ist So Okay Dann müssen wir eine komplett andere Route nehmen Oh, schön Wir finden alles kalten Schwert GG GG Jetzt können wir sogar battlen Und ich hoffe, dass es mit dem Battle Es nicht laggt Oh, jetzt können wir So Oh, schön So, so So Shit 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 Oh, nein, Alter, ich werde wieder getargetet Okay, schön So Ich werde nicht getargetet, aber So So Hm Drei So 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 Wir finden nichts zu messen denn hier Leucht bei uns, naja, so Acht So 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 Ähm Hm Hm So Da Da ist Der ist noch hier irgendwo Machen wir mal Tür zu Da ist er wohl Da ist er wohl Okay, hier ist er Wir machen jetzt Wir beginnen den Battle, Alter Oh Gott Wir haben einfach meinen Bow runterfallen lassen Boah, ich hab zu viel Angst Echt jetzt Der, der Schwert auch noch Das ist noch eine Goldtafel Keine Goldtafel Und meine Pfeile bagen auch noch Och Mann, Alter Ich weiß, ich werde verlieren Alter Scheiß Lags Och Gott Ähm GG Auf jeden Fall Ähm Ich hatte halt keine Motivation Erstmal Dann Ähm Wieso Also ich hatte keine Motivation Dann hatte ich Keinen Bock Dann hatte ich Keinen Bock Dann hatte ich Keinen Bock auf Funnays machen Besonders Ja, das hatte ich besonders Keinen Bock Aber naja Ähm Jetzt habe ich es heute sogar gelernt Und in 20 oder 10 Minuten Habe ich es sogar geschafft Ja Und ihr solltet ein Profilbild und Banner bekommen Habe ich es aber nicht Ich habe es aber nicht bekommen Ja, dann sage ich einfach mal Tschüss, gah Weil Perfekte Runde muss das nicht sein, aber Ja Ja, dann Tschüss Tschüss